Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal eine kleine Batterie von EXPLODE und zwar die WRAP. Also die Batterie kann zwar nicht Wrappen, aber hat trotzdem schöne Effekte. Eine sehr kleine Batterie für den kleinen Preis und deswegen würde ich sagen, probieren wir sie einfach mal aus. Hier, ich zeige euch noch mal von innen, wie die aussieht. Ist so ein kleiner, so ein kleines Teil in schwarz. Wirklich schön und ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.